hallo hallo ich bin lucy diamond hallo ich bin laura ecstasy und ich bin lauren whatever ja also sind die wir drei wir melden uns auf da im video im youtube weil das haben wir erst gesehen und so und dann dachten wir wissen auch emos wir wollen uns das einfach mal melden weil wir haben auch keine freunde und wir sind ganz einsam die hopper die verarschen uns immer und wollen uns schlagen ja die scheiß hopsen die sind so blöd und wir möchten einfach nur freunde haben und wir würden dich gerne als freundin haben wir haben ja wir haben so einen kleinen tick ich hoffe du kommst damit ist klar ja und zwar wir leben pokémon und wir haben jede folge gesehen jede staff ja jede wirklich jede ja wirklich wir haben uns auf dem pokémon treffen kennengelernt ja und wenn wir das nicht anschauen können dann fühlen wir uns einfach nur schlecht ja voll schlecht und ja vielleicht finden wir auch so einen süßen imu-boy oder ein bollo der endlich uns mal lieben kann so bei uns emos halt ja es ist so es ist voll schlimm für uns weil wir werden nie geliebt werden von allen die hast du kennst es ja sind die ja und jetzt geht es nicht gut weil du weil wir einfach einsam sind es wird toll wenn du dich melden würdest im und dann geht es nicht gut weil wir halten das nicht mehr lang aus wir sind so einsam wir sind so schnudig wir sind so schnudig wir sind so schnudig